Hallo Leute und willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal DALABO. In diesem Kanal habe ich jetzt viele Sachen geändert oder ein paar auf jeden Fall. Das werdet ihr jetzt in diesem Video sehen, was sich alles geändert hat. Also bleibt dran. Als erster änderte ich mein Profilbild. Das schaut bis jetzt so aus. Aber das habe ich geändert. Nämlich so. Ja, genau das. Das ist mein neues Profilbild. Ab jetzt. Dann habe ich auch noch das Bannerbild geändert. Das bis jetzt so aussieht. Aber ich habe es ja geändert. Jetzt sieht es so aus. Genau. Ganz genau so. So dunkel mit meiner Figur hier. Und ja. Ja. Dann habe ich auch noch mein Wasserzeichen im Video geändert. Das sieht so aus. Nämlich so. Ja. Und ich habe auch eine neue Intro. Diese Intro zeige ich euch jetzt. Ich finde die neue Intro richtig, richtig cool. Sie ist einfach verbessert wie meine alte. Die schaut glaube ich nicht so gut aus, meine alte Intro. Und ja. Ich zeige euch mal meine alte Intro, die halt nicht so gut ist. Meine alte Intro sah so aus. Ihr könnt euch noch erinnern. Meine Schnellzugressleiste war zu sehen. Hier am Rand auch noch ein bisschen Gras. Und hier oben ein Monkey. War nicht so gut. Und ja. Ich würde sagen, das war es mit dem kleinen Video. Ähm, ja. Ich wollte einfach nur zeigen, was ich hier erneuert habe. Und ich würde sagen, ciao, Leute. Deine Tschüss. Ja. Bis zum nächsten Mal.